Bist du auf der Suche nach einem spannenden, abwechslungsreichen, coolen Beruf und wünschst dir eine solide Ausbildung, die dir ausgezeichnete Zukunftschancen bietet? Hast du ein handwerkliches Talent und Freude daran, mit den Händen und Materialien etwas zu erarbeiten? Bist du auch ganz speziell an Technik und Metallverarbeitung interessiert? Wenn du alle Fragen mit Ja beantworten kannst, dann bist du bei uns an der goldrichtigen Adresse. Herzlich willkommen bei Truenz Metalltechnik AG, ein Schweizer Familienunternehmen mit Sitz im Technologiezentrum in Steinach. Truenz bildet ihrem Technologiezentrum hochqualifizierte Fachkräfte und Spezialisten aus, die morgen noch gefragter sind denn je. Wer bei uns seine Laufbahn startet, baut eine solide, langfristige und sichere Berufsexistenz mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Zahlreiche Lernende kommen nach einer erfolgreichen Abschlussfestanstellung bei uns rüber und übernehmen eine zentrale Aufgabe. Ich bin Slatko Dragosaf, ich habe bei der Firma Truenz Lehr als Anlagenapparatenbauer gemacht. Nach der Lehre habe ich eine Weiterbildung zum Prozessmachmann gemacht. Kurze Zeit später habe ich eine Stelle anbauten bekommen, um die Produktionsplanung zu leiten und die ganze Logistik zu leiten. Das hat dazu geführt, dass das Wissen der Lehre eigentlich übernehmen konnte, um die einzelnen Prozesse und das ganze Unternehmen einwirken zu können. Mein Name ist Fatih Ötziog, ich habe meine Lehre bei der Firma Truenz als Anlagen- und Apparatenbauer absolviert. Nach der Lehre habe ich meine Weiterbildung als Betriebstechniker an der Hochschule gemacht. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung hatte ich die Möglichkeit, beim Truenz die Funktion als Schleiter Spedition zu übernehmen. Ich habe stets reinge Kontakte mit Lieferanten, Spediteuren und Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen. Auch wenn ich nicht auf einem gelernten Beruf geblieben bin, kommt mir mein erworbenes Wissen aus der Lehre und Ausbildung jeden Tag sehr gut. Ich kenne alle Abteilungen, alle Produkte und Arbeitsabläufe von A bis Z. Ich bin Draschenko Mitrovic, habe in der Firma Truenz die Lehre zum Anlagenapparatenbau absolviert. Nach der Lehre habe ich verschiedene Aufgaben in der Produktion bekommen. Nachdem ich meine Kenntnisse aufbauen konnte, habe ich Abteilung Glaserschneid ab Kante Rei als Vorgesetzte übernehmen. Jetzt konnte ich mich beruflich nochmals weiterentwickeln und durfte bei der Firma Truenz in den Verkauf wechseln. Seitdem kann ich das Wissen, was ich in der Produktion aufgebaut habe, tagtäglich anwenden und kann unseren Kunden als kompetenten Ansprechpartner begegnen. Ich bin Dennis Brussack, habe die Lehre bei der Firma Truenz Metalltechnik gemacht als Anlagenapparatenbauer. Ich habe nach der Lehre in der Schweisserei weitergearbeitet, habe dann eine Weiterbildung gemacht als Prozessfachmann zwei Jahre lang. Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln und bin seit drei Jahren im Einkauf tätig. Interessiert? Dann melde ich unverbindlich an für eine Schnupperlehr. Wir freuen uns auf deinen Anruf! Wir freuen uns auf deinen Anruf! Räuf! Pasbung YouTube und wie immer Masse! Schraage! Vielen Dank.